hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zum ersten video der neuen tutorial reihe wie geht eigentlich esp home was uns auch direkt zur ersten frage bringt was ist esp home denn überhaupt esp home ist eine einfache möglichkeit eure eigenen smart home geräte basierend auf einem esp chip zu programmieren das heißt wenn ihr ein eigenes projekt mit zum beispiel einer note mcu einem d1 mini oder einem esp 32 umsetzen wollt dann könnte esp home demnächst zu eurer ersten wahl werden brauchst du für dein projekt noch eine platine bei pcb way bekommst du zehn zweilagige platinen für nur fünf dollar als neukunde sogar kostenlos neben epoxidharz pcbs bietet pcb way auch flexible oder aluminium pcbs wer nicht selber löten möchte kann pcb way auch gleich das bestücken der platine überlassen doch damit nicht genug pcb way bietet nämlich auch verschiedenste arten von cnc arbeiten an egal ob fräsen drehen oder laser zuschnitt aber auch die auswahl bei 3d druck lässt keine wünsche offen durch verschiedene druckarten wie fdm dlp und sla wird neben den üblichen kunststoffen durch selective laser melding kurz slm sogar der metall 3d druck mit vier verschiedenen metallen angeboten alle informationen dazu findet ihr unter pcb way.com und hier geht es jetzt weiter mit dem video damals habe ich auch noch immer fast alles mit der arduino software selber geschrieben inzwischen läuft bei mir eigentlich so ziemlich alles über esp home die programme in esp home werden in jammel geschrieben aber was ist jammel jetzt schon wieder jammel stand für yet another markup language aber seit 2002 verbirgt sich dahinter das akronym jammel ain't markup language somit definiert sich jammel als eine auszeichnungssprache die keine ist genauer gesagt ist jammel eine datenserialisierungsform in meinen augen der größte vorteil liegt in der extrem guten lesbarkeit das heißt jammel macht den code für neue einsteiger sehr schnell zugänglich da man das ganze sehr gut lesen kann es hat aber natürlich auch diverse haken wie zum beispiel dass es case sensitive ist also groß und kleinschreibung ist relevant und was noch viel schlimmer ist leertasten sind relevant kommen wir nachher noch mal zu schauen wir uns im detail an aber so viel schon mal vorab die leertasten können ganz schnell zum ganz großen stolperstein werden nichtsdestotrotz wenn man sich einmal daran gewöhnt hat denke ich überwiegt der vorteil der einfachen lesbarkeit und des schlanken codes schauen wir uns aber alles natürlich im detail noch in diesem tutorial an jammel unterstützt verschiedenste datentypen wie arrays listen wörter bücher zeichen folgen numerische werte und 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 was uns zu den grundlagen der ganzen jammel syntax bringt und ich würde sagen damit starten wir jetzt direkt einmal und zwar das erste grund prinzip was man kennen muss ist natürlich die wertezuordnung denn in der regel hat man irgendwelche variablen oder irgendwelche objekte denen ich eigenschaften zuweisen möchte und das passiert in jammel nach dem key value prinzip heißt ich habe ein schlüsselwort und diesem weise ich einen wert zu zum beispiel name daniel so und das sieht im beispiel wie folgt aus wir haben name peter nachname müller spitzname piet manntru alter 20 und größe 184 und hier seht ihr schon die ersten drei werte sind zeichen folgen also ganz normale texte und hier haben wir schon drei verschiedene möglichkeiten diese zu hinterlegen einmal in anführungszeichen einmal in einzelnen hochkommas oder man lässt die anführungszeichen und hochkommas einfach ganz weg entscheidend ist nur es muss in der gleichen zeile stehen ebenfalls entscheidend ist nach dem schlüsselwort muss direkt der doppelpunkt kommen dann eine leertaste und erst dann der wert beim mann handelt es sich um ein boolean dieser kann nur true und false enthalten das alter ist eine ganzzahl und die größe eine fließkommazahl auf datentypen werde ich jetzt in diesem video hier nicht weiter eingehen aber wenn das interessiert schaut mal oben in die infobox damals bei der arduino basics reihe habe ich ein video zu datentypen gemacht in denen ich diese auch mal im detail erkläre machen wir hier jetzt erstmal weiter ihr habt jetzt gesehen wie man einem attribut seinen wert zuordnen kann das ganze kann man natürlich aber auch noch komplexer gestalten denn wir haben die möglichkeit diese werte beliebig tief zu verschachteln auch das schauen wir uns natürlich mal an einem beispiel an und zwar an einem beispiel von ländern hier seht ihr wir haben ein attribut länder genauer gesagt ist das kein attribut sondern eine map oder ein dictionary und dieses dictionary enthält die beiden länder schweiz und deutschland diese beiden länder haben beide die eigenschaften einwohner und fläche das ganze ließe sich natürlich jetzt noch beliebig weiter treiben wir können beliebig viele attribute noch zu den einzelnen ländern hinzufügen die müssen auch bei den einzelnen ländern nicht zwingend übereinstimmen und diese können auch wieder noch eigene eigenschaften enthalten also wirklich eine beliebige verschachtelung mit beliebiger tiefe hier seht ihr aber wieder warum die leerzeichen relevant sind denn das schweiz und deutschland zu ländern gehört wird nur dadurch signalisiert dass eben länder ganz am zeilen anfang steht und schweiz und deutschland genau zwei lehrtasten weiter nach rechts eingerückt ist die einträge einwohner und fläche hingegen gehören zu schweiz bzw zu deutschland deshalb stehen sie unter dem jeweiligen eintrag aber sind nochmal zwei lehrstellen weiter eingerückt also vier lehrtasten vor einwohner und vor fläche und das signalisiert eben es gehört zu dem darüber stehenden eintrag der nur zwei lehrtasten davor stehen hat bei dem objekt länder handelt es sich um ein dictionary oder auch wörterbuch oder map und dieses kennzeichnet sich dadurch dass die einzelnen einträge also schweiz und deutschland über ihren namen ansprechbar sind es gibt aber noch eine weitere möglichkeit für eine aufzählung von attributen und zwar gibt es listen möchte man also zum beispiel mehrere farben in einer liste hinterlegen dann würden die einzelnen einträge also die einzelnen farben mit einem vorangestellten minus als listeneintrag markiert auch dazu hier mal ein beispiel und zwar seht ihr jetzt hier die farben rot grün und blau im unterschied zum wörterbuch sind hier die farben aber nicht über ihren namen ansprechbar bei listen ist die reihenfolge hingegen relevant was sie bei dictionaries oder maps nicht ist um hier unsere werte ansprechen zu können müssten wir zum beispiel farben und in eckigen klammern null sagen was dann unserem wert rot entsprechen würde denn wir reden hier von einem array bei einer liste und diese beginnen das zählen da es ein index ist eben bei null heißt der erste eintrag ist farben in eckigen klammern null der zweite in eckigen klammern eins und so weiter auch die einträge von listen kann man ebenfalls wieder weiter verschachteln oder man könnte auch sagen die listen einträge können wieder eigene attribute besitzen das sieht dann ungefähr so aus wir haben jetzt hier einfach mal zwei personen und zwar den jeff und die frieda der jeff ist blond 23 jahre jung und ein mann und die frieda die ist braunhaarig 19 jahre und kein mann ja wie ihr seht jammel ist also ziemlich umfangreich ziemlich mächtig aber wie ihr euch sicher auch denken können waren das jetzt natürlich noch relativ triviale beispiele aber zu den komplexeren kommen wir später die brauchen wir erstmal noch nicht was ich euch noch vorab zeigen möchte bevor wir wirklich einsteigen ist der umgang mit mehrzeiligen zeichen folgen denn wie ich eben schon erwähnt hatte können texte nur in einer zeile direkt hinter ihrem schlüsselwort stehen wenn ich mehrzeilige texte brauche dann muss ich noch einige kleine besonderheiten beachten und die möchte ich euch ebenfalls noch kurz zeigen und zwar haben wir hier mehrere varianten und zwar einmal können wir bei einer mehrzeiligen zeichen folge sagen wir möchten die zeilenumbrüche ignorieren oder alternativ können wir dem programm auch sagen er soll die zeilenumbrüche berücksichtigen fangen wir mit der variante a an und zwar mit dem größer zeichen beim größer zeichen da wird der folgende text als eine einzige zeile am ende ausgewertet das heißt bei dem größer zeichen dienen die zeilenumbrüche in dem darauf folgenden text nur dazu ihn für uns lesbarer zu machen für das programm ist und bleibt es immer noch eine zusammenhängende zeichenfolge ohne zeilenumbruch das ganze sieht dann in etwa so aus wir haben text doppelpunkt leertaste und jetzt wo sonst unser text stehen würde schreiben wir nur ein größer und drücken enter in der nächsten zeile beginnen wir dann unseren text müssen aber den gesamten text in jeder zeile die wir dann darunter schreiben immer um zwei leertasten mehr einrücken als unser schlüsselwort text dadurch weiß dann der compiler wieder alles klar alles was jetzt zwei stellen nach rechts eingerückt ist das gehört zu unserem attribut text und durch das größer zeichen weiß er dies ist ein einzeiliger text über mehrere zeilen wird weiterhin als eine zeile behandelt im unterschied dazu können wir aber auch sagen text doppelpunkt leertaste pipe und da ist es eben anders hier werden jetzt die zeilenumbrüche berücksichtigt es sieht eigentlich genau gleich aus wir haben wieder text doppelpunkt leertaste dann die pipe darunter jeweils um zwei leertasten weiter nach rechts eingerückt unseren text dies ist ein mehrzeiliger text diese zeilen stehen unter der ersten zeile und genau so ist es auch die zweite zeile steht eben unter der ersten also er berücksichtigt hier auch die zeilenumbrüche ja ich würde aber sagen das soll es mit der trockenen theorie erst mal gewesen sein wechseln wir mal runter an den pc und schauen uns einmal an wo ihr die notwendigen informationen herbekommen die ihr für euer nächstes projekt benötigt und schauen auch mal was es behoben so alles zu bieten hat so schauen wir uns das ganze doch jetzt mal im home assistant an was wir als allererstes natürlich machen müssen ist es behoben überhaupt erst mal installieren dafür wechseln wir hier in den supervisor wählen hier oben den addon store aus und suchen jetzt hier einmal nach esp und dann sehen wir hier auch schon home assistant community addon esp home das wählen wir aus und klicken hier auf installieren die installation dauert erstmal eine ganze weile und wenn sie dann abgeschlossen ist dann seht ihr diesen bildschirm standardmäßig ausgewählt ist beim booten starten ich würde empfehlen klickt einfach hier alle vier auswahlpunkte an einmal bei absturz dass das addon automatisch neu gestartet wird das automatisch aktualisiert wird vor allem aber den punkt in der seitenleiste anzeigen finde ich extrem hilfreich denn dann taucht esp home hier bei euch im hauptmenü als extra eintrag auf damit seid ihr eigentlich schon fertig und wir können die integration hier unten starten ihr seht die integration läuft also wechseln wir jetzt nach esp home hier haben wir jetzt erstmal nur eine einzige möglichkeit und zwar wir können ein neues gerät hinzufügen ich klicke hier also einfach mal auf den button add note alternativ können wir auch hier unten auf das plus klicken jetzt seht ihr hier die fehlermeldung limited functionality because you're not browsing the dashboard over secure connection das liegt einfach daran dass ich hier per http und nicht per https drauf connecte weil es eben meine testumgebung ist bei meiner live umgebung habe ich auch https zur verfügung aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören ein unterschied macht das nur nachher wenn wir das ganze flashen wollen wenn ihr euren https zugriff eingerichtet habt dann könnt ihr den esp inzwischen sogar am pc an dem ihr selber sitzt an den usb anschluss anschließen und darauf flashen zu den unterschiedlichen möglichkeiten des flashens kommen wir aber im nächsten video machen wir erst einmal hier weiter und zwar nenne ich das projekt jetzt einfach mal test 1 gültige zeichen sind hier für den namen kleine buchstaben zahlen von 0 bis 9 und ein minus wenn ich jetzt hier zum beispiel eine leertaste eingebe macht er automatisch ein minus daraus das heißt ungültige zeichen können wir hier gar nicht mehr eingeben in älteren versionen war das noch anders das ist aber inzwischen verbessert worden bei der wifi ss id und dem wifi passwort tragen wir jetzt unseren wlan zugang ein und sagen hier einmal next im nächsten schritt werden wir jetzt gefragt um was für ein bord es sich handelt ich wähle in der regel pick specific board und suche mir hier das bord aus was ich entsprechend gerade programmieren möchte in dem fall zum testen habe ich jetzt hier einen wmos d1 mini dann sagen wir wieder next und er bestätigt das anlegen des projekts mit configuration created den dialog schließen wir so und jetzt seht ihr haben wir hier schon unser erstes gerät angelegt dieses muss aber natürlich noch konfiguriert werden dafür klicken wir jetzt hier mal auf edit um das ganze zu bearbeiten und so sieht jetzt erst einmal das standard programm aus jedes programm in esp home beginnt mit dem eintrag esp home doppelpunkt als nächstes folgt der eintrag name doppelpunkt der name entspricht immer dem dateinamen also das was vorpunkt jammel steht also auch das wie wir am anfang unser projekt benannt haben darauf folgen noch die beiden einträge plattform und bord und diese beiden die sind eben davon abhängig was für ein bord wir für das projekt einsetzen möchten in dem fall wie gesagt handelt es sich um einen d1 mini und dieser basiert auf der plattform esp 8266 zum aktivieren des protokolls also dem logging wird hier die zeile logger doppelpunkt hinzugefügt diese sorgt einfach für eine protokollierung was auf dem gerät gerade passiert darunter sehen wir den eintrag api dieser aktiviert wie der kommentar hierüber auch schreibt die schnittstelle zur kommunikation zwischen unserem esp home gerät und home assistant danach folgt der eintrag ota und ein zugehöriges passwort ota ist der dienst der notwendig ist damit wir dieses gerät später über wlan also over the air updaten also neu flashen können dann kommt hier anschließend noch die wlan konfiguration so wie wir sie eben eingegeben haben mit unserer ss id und unserem passwort dann kümmert sich esp home beim anlegen des projekts auch direkt darum einen fallback hotspot anzulegen das heißt wenn unser haupt wlan welches wir hier oben angegeben haben nicht erreichbar ist dann eröffnet dieses gerät einen eigenen access point über den weiterhin auf das gerät zugegriffen werden kann dann gibt es hier noch den eintrag captive portal dieser eintrag ist ebenfalls für den fall wenn der normale zugriff auf unser wlan nicht mehr funktioniert darüber bekommen wir dann auf unserem access point eine webseite zur verfügung gestellt über die wir unsere aktuellen wlan konfigurationen dieses gerätes aktualisieren können die wlan konfiguration schauen wir uns aber im dritten teil dieser serie noch mal im detail an daher gehe ich an dieser stelle jetzt hier mal nicht näher darauf ein dieses projekt hat zwar jetzt noch keinerlei geräte konfiguriert wir haben ja im d1 mini auch gar nichts angeschlossen aber es wäre durch den eintrag api und durch unsere wlan zugangsdaten bereits jetzt in der lage mit unserem home assistant server zu kommunizieren aktuell würde die kommunikation zwischen home assistant und unserem esp home gerät ohne eine authentifizierung erfolgen wir haben hier aber auch die möglichkeit wie bei ota ein passwort anzugeben das machen wir einfach mit zwei vorangestellten leerstellen denn wie wir eben gelernt haben passwort bezieht sich auf den eintrag api also müssen wir es um zwei leerstellen einrücken schreiben dann das schlüsselwort passwort doppelpunkt leertaste und jetzt dahinter unser passwort und jetzt würde die gesamte kommunikation zwischen esp home und home assistant über dieses passwort geschützt jetzt bleibt natürlich die frage offen woher weiß ich denn welche parameter ich hier überhaupt angeben kann und das bringt uns auf die homepage von esp home denn esp home ist ein sehr gut protokolliertes projekt und die ganze anleitung findet ihr auf der homepage esp home.io direkt auf der startseite werden diverse fertige endgeräte die auf einem esp basieren wie zum beispiel der zone of basic vorgestellt und wenn man hier einmal drauf klickt erhält man eine kurze zusammenfassung über das gerät inklusive der pin belegung und welche funktion in diesem gerät der jeweilige pin übernimmt so aber das wohl wichtigste ist hier wird uns ein komplettes beispielprogramm zur verfügung gestellt man kann jetzt hier entweder einfach alles übernehmen dabei müsst ihr aber darauf achten der name hier oben der muss weiterhin übereinstimmen ich gehe daher meistens anders vor das einzige was mich aus diesen beispielen interessiert sind einmal plattform und board wenn es sich um ein fertiges bauteil handelt wie jetzt zum beispiel den zone of basic dann übernehme ich hier plattform und board füge das hier entsprechend an der richtigen stelle ein überschreibe also unsere grund konfiguration wlan api logger und ota haben wir eh schon drin interessiert uns also nicht was uns jetzt noch interessiert sind die definitionen der gpios also unsere sensoren unsere schalter und unsere leds heißt diesen block kopiere ich wieder büge ihn hier unten ein und hätte ein fertiges programm mit dem ich einen so noch basic in home assistant integrieren könnte wer sich das ganze noch einmal schritt für schritt anschauen möchte wir haben einen so noch basic schon mal damals im stream gemeinsam mit jürgen in home assistant integriert den stream verlinke ich euch mal oben in der infobox wen es interessiert schaut gerne mal rein das war jetzt aber hier nur einmal als beispiel wie mit diesen beispiel kurz umzugehen ist gehen wir noch mal zurück auf die startseite hier findet ihr auf jeden fall sämtliche informationen zu allen integrationen zu fertigen esp endgeräten wie dem son of basic und vielen vielen anderen geräten so was ich mir jetzt abschließend aber noch mal mit euch anschauen möchte befindet sich unter dem punkt core components denn wir sind ja mit der frage auf die homepage von esp home gekommen woher ich jetzt weiß dass uns das schlüsselwort passwort beim api eintrag zur verfügung steht bei dem api eintrag handelt es sich um die native api gehen wir also da einmal drauf und dann seht ihr hier unseren api eintrag und darunter das schlüsselwort passwort wie ihr hier seht hier werden uns auch alle zur verfügung stehenden parameter immer noch einmal einzeln aufgelistet und erklärt in diesem fall sind alle parameter optional das heißt es reicht wie in der standard konfiguration vorgesehen der eintrag api und damit ist es erledigt und funktioniert alle anderen parameter haben einen default wert und damit ist die api auch sofort nutzbar möchte man aber das standard verhalten ändern hat man eben mit diesen entsprechenden einträgen hier die möglichkeit dazu wir können also den port ändern wir können das passwort ändern wir können dienste hinzufügen wir können den reboot timeout ändern und eine id hinzufügen vor allem auf die services kommen wir gegen ende der tutorial serie auch noch mal zu sprechen gehe ich also jetzt nicht weiter darauf ein mir ging es jetzt einfach erstmal darum dass ihr seht hier in diese esp home anleitung findet ihr zu allen einträgen eigentlich die notwendigen informationen hierher weiß ich also es gibt den parameter passwort er ist freiwillig ich muss ihn nicht angeben deshalb optional und er ist vom datentyp string also eine zeichenkette dann seht ihr hier auch noch der default ist kein passwort und diese information findet ihr in der gesamten anleitung auch zu allen parametern das heißt die einzige kunst besteht am ende nur noch darin die richtige seite der anleitung zu finden ja das soll es erstmal mit dem video für heute gewesen sein ich glaube das reicht doch erstmal an trockener theorie ich hoffe ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und konnte mir bis hierhin folgen wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr noch irgendwelche fragen habt stellt es mir gerne unten in den kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem discord vorbei link blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox ansonsten geht es morgen natürlich auch direkt weiter mit der tutorial serie wie geht eigentlich esp home da schauen wir uns dann einmal vier verschiedene möglichkeiten an wie ich jetzt mein esp home programm auf meinen esp bekomme also wie ich das ganze projekt jetzt flashen kann und was es dabei alles zu beachten gibt ich hoffe wie immer euch hat das video gefallen ihr konntet ein bisschen davon mitnehmen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert falls noch nicht geschehen den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sagt einfach bis zum nächsten video ciao